Es ist sensationell. Und das ist etwas Einmaliges. Ich finde sie toll. Das Beste, was mir wirklich interessiert ist. Es ist nahezu bezauert. Das ist das Trampolin, um sich wirklich zu entdecken. Es macht Spass. Für mich ist das einfach überwältigend. Ich bin begeistert. Also für mich war es das sofort. Das ist wirklich meins. Matrix ist das Beste, was es momentan gibt. Es ist einfach nur klasse. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Das muss die Welt einfach kennenlernen. Probiert es aus. Unbedingt mitmachen und selber spüren. Man muss es einfach erfahren. So etwas anhören oder so ist nicht dasselbe, wie wenn man es selber erlebt hat und das gefühlt hat, was diese Welle in einem auslöst. Also ja, do it.